Der größte Schritt der Menschheit wurde nicht auf dem Mond gemacht, sondern hier auf der Erde. Vor Millionen von Jahren. Die Beherrschung des Feuers, so ist man sich heute sicher, war entscheidend für die Evolution des Menschen. Denn Feuer bedeutete Schutz, Licht, Wärme und Nahrung. Doch das gilt nur für den, der es kontrolliert. Bei Weber haben wir schon immer den Anspruch, ideale Bedingungen zu schaffen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Doch wer das beste Ergebnis will, muss die Hitze kontrollieren. Nicht einfach viel Hitze, sondern die richtige Hitze. Wir nennen das Heat Management. Und es begleitet uns seit unserer Gründung. Es begann mit unserem Kettel. Traditionelles Grillen mit Holzkohle. Aber mit einem kleinen Zusatz, einem Deckel. 1952 bauten wir den ersten Kugelgrill aus einer Metallboje und waren damit die ersten, die mit Deckel grillten. Das versprach nicht nur mehr Schutz, sondern auch schnelles Garen und verbesserte Temperaturregelung. Mit zusätzlichen Schlitzen am Deckel und am Unterteil kann jederzeit der Luftstrom verändert werden. Und damit die Hitze. Genug Hitze versprechen auch unsere Elektrogrills. Der Weber Pulse erreicht Temperaturen von über 300 Grad Celsius und ist damit der beste seiner Klasse. Die einzigartige Technologie verspricht Temperaturkontrolle auf Knopfdruck. In nur wenigen Minuten ist der Grill heiß und bleibt es auch. Keine Schwankungen, sondern präzise und gleichmäßige Hitze auf dem gesamten Grill. Das unterscheidet den Pulse von gewöhnlichen Elektrogrills. Denn hier fließt der Strom konstant und präzise. Porzellanemalierte Gussroste speichern die Wärme. Und das sogar auf zwei Temperaturzonen gleichzeitig. Mit Dual Zone lassen sich so Beilagen langsam garen und gleichzeitig Fleisch scharf anbraten. So erzielt man bei jedem Essen auf dem Grill auch das perfekte Ergebnis. Perfektion war auch das Ziel bei unseren Gasgrills. Gleichmäßige Hitze, überall verteilt. Kein Rumgeschiebe, sondern die Gewissheit, dass an jeder Stelle des Grills die Temperatur exakt stimmt. Dazu unser GBS, das Gourmet-BBQ-System, das den Grill in eine Outdoor-Küche verwandelt. Mit den verschiedenen Kocheinsätzen sind keine Grenzen mehr gesetzt. Ob Wok, Pizzastein oder Geflügelbräter. Hier herrschen jedes Mal die idealen Bedingungen für das perfekte Ergebnis. Durch die richtige Hitze. Die findet man auch bei unserer Sear Station. Hier sorgt ein zusätzlicher Hochleistungsbrenner für extreme Temperaturen. Genauer gesagt für bis zu 420 Grad Celsius auf dem Grillrost. Jedes Steak erhält hier in kürzester Zeit nicht nur sein typisches Grillmuster, sondern auch die Röstaromen, die es braucht, um ein perfektes Steak zu sein. Wie man sieht, kann Grillen alles Mögliche sein. Aber es beginnt immer mit der richtigen Hitze. Weber. Entdecke was möglich ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.